Die Bewahrer unserer Geschichte, durch Schrift und Überlieferungen, waren die römische Kirche und die Klöster im Mittelalter. Durch ihr einzigartiges Schrift- und Sprachwissen blieb uns Wertvollstes erhalten. Doch genau diese Bewahrer der Schrift und Geschichte vernichteten alles, was nicht das eigene Weltbild unterstützte. Das, was ihnen nicht dienlich war, galt dem Teufel und wurde dem Feuer übergeben. Und da könnte man doch vermuten, dass weit mehr, als vorstellbar, für immer verloren gegangen ist. War das Thema nicht genehm, passten einige Sätze nicht in das strenge Dogma der Kirche, war die Arbeit zu müßig oder einfach das Verständnis nicht vorhanden, dann hatte den Schriften die letzte Stunde geschlagen. Wir schauen uns unsere Vergangenheit mal in einem ganz neuen Licht an. Es wird ein Kreis geschlossen, der uns eine vorher unvorstellbare Weltanschauung näher bringt. Doch wir sind nicht immer bereit, eine Veränderung unseres Weltbildes zu akzeptieren. Es ist die Angst vor der eigenen Orientierungslosigkeit. Bereiten uns neue Erkenntnisse Kopfschmerzen oder haben wir Angst vor einer Vorahnung über eine noch folgende Erkenntnis, brechen wir lieber ab und berauben uns der Wahrheit. Unsere Wissenschaft und unser Weltbild sind aus einer mehrgliedrigen Theorie konstruiert. Passt da etwas nicht hinein, wird es verbannt, weil sonst alles neu geschrieben werden müsste. Doch das Töpfchen für die unangenehmen Gegenbeweise wird immer voller und bald überlaufen. Dann fallen die Wahrheiten direkt auf uns herab und schaffen Verwirrung und Chaos. So hat diese Serie die schwere Aufgabe etwas zu erklären, das unglaublich und unmöglich erscheint aber dennoch sehr gut möglich ist. Unsere Erde besteht seit einer Ewigkeit. Aber unsere Zivilisation erst seit etwa 8000 Jahren. Gesetzt den Fall, das Alter der Erde ist, wie in der Wissenschaft angenommen, 5 Milliarden Jahre, dann hätten weit über 200 Millionen Generationen, gehen wir von 23,5 Jahre je Generation aus, Zeit gehabt sich zu entwickeln. Doch unsere angenommenen 8000 Jahre Zivilisation entsprechen nur etwa 340 Generationen Entwicklungsgeschichte. Diese 8000 Jahre Zivilisation sind nur ein Teil von 625.000 der Erdgeschichte und machen klar, dass wir uns gerade erst bemerkbar machen. Selbst davon ausgehend, dass sich etwa erst seit einer Million Jahre menschenähnliches Leben entwickelt, hat die Erde vorher 5000 Mal so viel Zeit gehabt, um Gleiches hervorzubringen. Aber auch in diese angenommene 1 Million Jahre passt unsere 8000 Jahre alte Zivilisation 125 Mal hinein. Nur mal so angenommen, es hätte schon 24 Zivilisationsepochen vor unserer 8000 Jahre alten Zivilisation gegeben und all diese Epochen wären ebenfalls etwa 8000 Jahre alt geworden, bevor irgendein Ereignis diese zerstörte. Dann bliebe immer noch für 100 weitere Epochen, gleicher Länge, Platz, also 100 Mal 8000 Jahre, und zusätzlich noch die 4.999.000.000 Jahre Vorlauf seit der Entstehung der Erde. Dieses Zahlenspiel dient der Verdeutlichung, dass unsere offizielle Geschichtslehre die Geschichte der zivilisierten Menschheit erst gerade beginnen lässt. Aber vieles deutet darauf hin, dass es uns schon viel länger als angenommen zivilisiert gibt. So ist es wohl Zufall, dass wir in diese geringe und erste zivilisierte Zeitspanne gerutscht sind. Auch wenn wir das Wort zivilisiert übersehen, bleibt bei der Betrachtung unseres Vorfahrens, des Homo Sabiens, der vor über 50.000 Jahren lebte, immer noch eine überwältigend große Vorzeit ohne menschliches Leben. Es fehlt der Übergang zu den ersten bekannten Hochkulturen. Es fehlt einfach eine Epoche, aus der hervorgeht, dass sich Hochkulturen aus dem Urzeit-Dasein entwickeln konnten. Wenn man sich hierzu die Regenwaldbewohner des brasilianischen Urwaldes ansieht, welche in etwa der vorausgesetzten Kulturstufe des Homo Sabiens entsprechen, fällt es schwer zu glauben, dass sich dort die Kulturtradition in irgendeiner Zeit zu einer Hochkultur ändern konnte. Selbst heute, wo wir als hochzivilisierte Fremdlinge ihre Kultur von uns abhängig gemacht haben, scheint die Brücke in eine Hochkultur weit entfernt zu sein. Wir nahmen ihnen den Lebensraum, stahlen ihnen die Götter und zeigten ihnen Errungenschaften unserer Zivilisation, die schon die Indianer Nordamerikas nahe zu ihrer Existenz beraubten. Also leben wir ihnen zwar eine Hochkultur vor, doch bedenken nicht, dass dieser Vorgang der Todesbote für ihre alte Kulturtradition ist. Losgelöst von diesem Jahrhunderte oder Jahrtausende alten Standbein der Existenz bleibt nur noch die unbeholfene und halbfertige Zivilisation der Neuzeit für die Regenwaldbewohner. Ihrer Traditionen beraubt und ohne Erfahrung mit der neuen Lebensweise bewaffnet endet das neue traurige Dasein leider viel zu oft in den Slums der Urwaldmetropolen. Die Millionenstadt Manaus in Brasilien kann ein Leidenslied davon singen. Und so ergeht es sicher nicht nur den Urwaldbewohnern Brasiliens, denn das schuldenbehaftete Zivilisationschaos findet sich überall in der dritten Welt dieser Erde wieder. Wer nachforscht, der findet dann auch in jedem Land eine dafür geopferte Kulturtradition, die, einfach ausgestattet und mit einer heidnischen Glaubenansicht versehen, längst der Vergangenheit angehört. Nur mit Mühe findet man noch lückenlose Kultur- und Volkeslinien, die ihrer Vergangenheit treu bleiben konnten. Doch diese Völker würden eigenständig nicht den Weg zu einer Hochkultur schaffen, ohne dass wir Schwierigkeiten hätten, dieses irgendwie nachzuvollziehen. Also wer waren dann jene Wegbereiter für die Sumerer, Ägypter oder Inkas? Diese jagenden und sammeln den Homo sapiens, so wie man sie darstellt, wohl nicht. Sicher sind auch Lebensumstände, eine schwierige Vegetation und Nahrungsknappheit Auslöser eines reichen Erfindungsgeistes. Doch damit monumentale Bauwerke, breite Straßen und riesige Tempel errichtet werden, müsste schon ein Umdenken im Geiste stattfinden. Es muss eine Ordnung entstehen, die einige arbeiten lässt und andere nicht. Das System der sich selbst versorgenden Gesellschaft wird in der eigentlichen Konsequenz aufgelöst und neu geschaffen. Es bilden sich Ebenen, die, einer Pyramide gleich, nach unten hin immer schwerer zu bewältigen sind. Nicht der beste Jäger oder Sammler steht an der Spitze, sondern der, der das System am leichtesten durchschaut. Je bedingungsloser sich einer, mit vollem Geiste ausgestattet, der Pyramide ausliefert, je höher steigt er auf, während die guten Jäger und Sammler im Erdgeschoss verweilen. Man muss sich wirklich verdeutlichen, wie schwierig und zeitintensiv ein solcher Aufbruch einer alten gewachsenen Kulturtradition ist. Es fällt schwer, den Übergang in die ersten alte gyptischen Dynastien nachzuvollziehen. Irgendwie ging es ja nach den rumesreichen Epochen der Ägypter und Römer eher rückwärts als vorwärts und erst in unserer Neuzeit scheint sich die Spirale wieder nach oben hin zu öffnen. Also was hatte da den alles entscheidenden Einfluss genommen? Wenn wir mal die außerirdischen Außen vorlassen, kommt unsere Geschichtslehre in einen Erklärungsnotstand. Doch die Fragen bleiben. Stimmt dann die Geschichte etwa nicht? Fehlt da ein ganz wichtiger Baustein als Wegbereiter für unsere heutige Kultur? Welche Motivation sollte jemand haben, die Vergangenheit ungeschehen zu machen? Warum setzt man sich mit einer eventuell falschen Geschichtsbasis auseinander? Die offizielle Weltgeschichte beruht auf einer Mixtur aus religiösen und weltlichen Überlieferungen, archäologischen Funden und schriftlichen Zeugnissen vergangener Zeiten. Aber ist das wirklich ausreichend? Allein archäologische Funde könnten, von schriftlichen und religiösen Überlieferungen losgelöst, völlig anders interpretiert werden. Nur durch Zugabe der beiden anderen Quellen ergibt sich ein Gesamtbild, welches sich heute als unsere Geschichte darstellt. Und dass die Geschichte sich immer wieder neu und völlig anders darstellt, als ursprünglich angenommen, beweisen Entdeckungen, die so überhaupt nicht in das feststehende Bild der Geschichtsforschung passen. So eine Entdeckung war zum Beispiel das Auffinden der sagenumwobenen Stadt Troja. Heinrich Schliemann, machte, losgelöst von der üblichen Recherche, auf Mystik und Sagen hörend, seine große Entdeckung, sehr zum Ärger der etablierten Wissenschaft hatte Heinrich Schliemann seinen grandiosen Erfolg. Aber Heinrich Schliemann bleibt da die Ausnahme, ob schon hier und da immer wieder Sagen und Mythen herangezogen werden, um archäologische Funde vollständig klären zu können. Es lehrt uns die etablierte Wissenschaft nach Prinzipien ihrer Vorgehensweise, und danach sieht auch unsere Geschichtslehre aus. So ist es dann nicht schwer zu verstehen, wenn in den Schulen unsere nordeuropäische Geschichte mit den Römern beginnt, aus der Sicht der Römer behandelt wird und man schnell dazu übergeht, die römische Geschichte genauer zu durchleuchten, nachdem man sich ebenfalls intensiv mit der griechischen Geschichte und vorher mit der ägyptischen auseinandergesetzt hat. Erst ab dem Mittelalter verlassen wir den Pfad der Sicht von außen und finden eine eigene Geschichtsaufarbeitung vor. Ob es aber einen deutschen Gymnasiast denn gibt, der mehr als zwei germanische Stämme aufzählen kann, der schon mal in der altnordischen Äger gelesen hat, geschweige denn weiß, was die Äger überhaupt ist, bleibt fraglich. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Maale Lund, im Kanal SpaceMark7 von terraherz.de 5. 4. Vielen Dank.